Es erfüllt mein Herz mit ganz, ganz großer Freude und ich bin unendlich stolz darauf, dass das, wofür WXW steht, heute Teil unserer Hall of Fame wird. Meine Damen und Herren, hier ist Carsten Beck. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich durch euch alles das erreichen konnte, was ich mir im Leben nicht hätte vorstellen können, als ich angefangen habe zu wrestlen, war das Einzige, was ich wollte, einmal in diesem Ring stehen. Halt dein Maul! Euch allen danken, ihr vor allen weg danken und mit einem letzten Wort nach Hause gehen. Winner! Winner!